dann habe ich auch nicht mehr rüberfarben aber hier kann ich jetzt wenigstens alles gleichwertig einnehmen und muss nicht nacheinander annehmen ich muss hier nochmal kurz mal Interface und Grafik einstellen wir sehen uns gleich wieder hier noch einen kurzen Schritt einmal noch das letzte Mal da sind wir wieder und hoffentlich wieder ohne Lex so damit schmied oh nein es leckt immer noch hey Christian ist online ich habe mir das Internet mal aus vielleicht liegt es daran ja also ich würde den Browser auch am besten ausmelassen ich gehe mal bei Skype bei online mal vielleicht liegt es daran weil ich beschäftigt bin ja ok ok ja so so sieht es gut aus so 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 da haben wir ein bisschen zu schnell geklickt egal ich kann hier noch schnell nachlesen da Botenquests oder oder es lag echt wirklich an diesem Browser naja der hat auch schon einen Browser aufmännern online-game-top da 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 bla 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 ja die blaue ganz schön viel die Marie Janis die würde sich gerne reden anscheinend da da ein bisschen zu Kaff oh in Kaff da 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 Der heißt Kaff. Soviel Text zum Lesen, den ich nicht vorlesen werde, weil das meine Stimme nicht gut tut. Haha, was soll der zu faul, gibst du! Willst du dir meinen ganzen Aufsatz vorlesen? Nö. Dann siehst du. Weißt du, wir können hier bei der Grafikoption noch ein bisschen die Details und die Sichtweite noch ein bisschen erhöhen, so. Der war alles auf Maximum und bei mir läuft nichts. Okay, dann machen wir alles auf Maximum. Außer den Sound. Ja, der ist aus. Ah, der ist auch nervig. Na, ne, eigentlich geht er, aber ich stehe nicht auf irgendwie Musik. Ich auch nicht. Also ich, ich weiß, ich wollte das Ganze, ich wollte es alles vorlesen, aber ich werde niemals ohne lang Texte vorlesen. Das, da könnt ihr gerne schreiben, äh, da zieht's nicht durch. Ja, ich, ich lese nicht so viel. Auch wenn's nicht stimmt, ich hab hier den Vorlesern einen Tag durchgelesen, aber... Oh mein Gott, hast du Ding schon durch? Ja. Es wird noch ekliger, als wir es bis jetzt schon hatten. Ja, das war mir klar. Ja. Möchte. Seine, das war mir gut, aber es war mir nicht so. Ja. Es ist ממ�lich. Nichts, ja. Aber ich habe mir auch mal ein paar Mal von hinten angekommen, sondern es kam hier zu Hause. Stiefel gekriegt von der Frau wie geht das? Nee, ich bin Stufe 5 freut mich so, ich muss nach Suter runnen Du bist Stufe 5 du Arsch, bist Stufe 5 oh, oh nur weil du die ganzen Quests normal machst Ja, jetzt kann ich auch endlich meine Filme betragen Da ist es total noch Suter runnen scheint Ja, da hinten und mein bestes Gerst ich bin endlich mal ein bisschen besser ausgerüstet Jaaaaah Nein, ich bin ich auch nicht nur so Hey, jetzt hab ich auch ganz wieder neue Möteketten bis fest bekommen Suter runnen und ich war grad im Boden keine Ahnung warum, aber ich war grad da Mhm, ich hab es auch schon gesagt So, ihr seid endlich gekommen habt ihr in Glitter vieler Informationen erhalten Ja, ich hab sie nicht vorgelesen, aber ich hab sie gekriegt Ich habe gehört, dass ihr Liyakreis mächtig unter die Arme gegriffen habt Ja Ich hoffe, dass die Aufgaben, die sie euch gegeben hat euch auf eurem Pfad weiterbringen Nein Wenn ihr in Suter runnen mal einen Portalwächter brauchen solltet kommt jederzeit zu mir, werde ich Dann lebt wohl bis irgendwann Hasta la vista So Attentäter 12 Was für ein ausgefeinander Name Echt So, ich geh jetzt zu den Ruinen der Titanen und es regnet Ah, stimmt Ja, kommst du mit oder willst du nicht mitkommen? Wo? Keine Ahnung, wo du hin willst Ruine der Titanen Was willst du denn da? Quests machen Ruine der Titanen Nö, da kann ich keinen machen Ich hab da schon davor welche angenommen gehabt Ich hab da noch Proteiner Siedlung und mitten irgendwo im Kopf und noch ein paar aus deiner Stadt Immo mach ich jetzt gerade erstmal die aus deiner Stadt Oh Gott, ich muss niesen Oh Gott Aha Ne Bleib drin Gut Aha Habs geschafft Ich bin so Herzlichen Glückwunsch Das heißt, herzlichen Glückwunsch, Mann Plump Plump, ja, plump Bei dir läuft's lustig, kann es sein, dass du im Voll-Mit-Modus spielst? Ja So Warte mal, vielleicht liegt er da ran Kurzer Schnitt Und da sind wir wieder, weil ich musste mal was ändern kurz Es leckt zwar immer noch ein bisschen, aber AHHHHH Immer noch? Ein bisschen Kann auch sein, dass ich wegen der Aufnahme halt, aber Dahinten läuft Bauwerk rum Das seh ich von hier schon Echt? Sind wir hier in der Nähe oder was? Ja Ja Dann hinter dir Schrei Verdammt Kann man rüber springen Ne, hab ich auch grad probiert Da ist er An manchen Stellen schall kann man rüber springen Ja, da nicht überall Genau jetzt da, wo du da die Queste annimmst Da müssen wir jetzt in der verfallenen Ruine Ich muss aber vorher noch besser abgeben Weil ich Ich lauf schon vor Ja Mach das Mach das Mal gucken, wie bei Benedikt von eh Was meinst du, wenn ich hier einsetze, wo wird ich hingebordet? Nach Lutheran oder nach Glitter? Mach das 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 Mach Mach das Ach das Laufen da mal... Ne, laufen außen? Ne, ich laufe außen um. Ich bin mal so... Da haben wir einen Bergrücken drauf, Wolf, aber die wollen wir ja nicht töten, wir wollten ja die...